Nach Promi-BB-Triumph, Lila watscht Weltmeister gnadenlos ab Frankfurt am Main, Köln, gerade erst um den Titel der Promi Big Brother, Gewinnerin sowie 100.000 Euro reicher geworden, galt für Lila Lahua, 28, nur 1, ab in den nächsten Dünnerladen. Mit an Bord war neben ihrem frischgebackenen Verlobten, Mike Heiter, 32, auch PBB-Kumpel Sinan Moves, 19. Der prominente Schnittfleisch-Vertreiber kam dabei aber alles andere als gut weg. In einem gemeinsamen Instagram-Video unterzogen Lila und Sinan die mit Fleisch und allerlei Gemüse sowie Soße gefüllte Teigtasche aus dem Mangaldöner dem Tastetest. Wie man weiß, steht hinter dem Franchise niemand Geringeres als Ex-Nationalkicker Lukas Podolsky, 39. Doch auch dieser Umstand konnte nicht dafür sorgen, dass sich die selbsternannte Dünne-Expertin in ihrer ehrlichen Meinung einschränken ließ. So bemängelte nicht nur die 28-Jährige unter anderem die fehlenden Tomaten. Zudem waren sich die beiden PBB-Baddes einig, nach Promi-BB-Triumph, Lila watscht Weltmeister gnadenlos ab. Frankfurt am Main Köln, gerade erst um den Titel der Promi Big Brother Gewinnerin sowie 100.000 Euro reicher geworden, galt für Lila Lahua, 28, nur eins, ab in den nächsten Dünnerladen. Mit an Bord war neben ihrem frischgebackenen Verlobten, Mike Heiter, 32, auch PBB-Kumpel Sinan Moves, 19. Der prominente Schnittfleisch-Vertreiber kam dabei aber alles andere als gut weg. In einem gemeinsamen Instagram-Video unterzogen Lila und Sinan die mit Fleisch und allerlei Gemüse sowie Soße gefüllte Teigtasche aus dem Mangal-Döner dem Tastetest. Wie man weiß, steht hinter dem Franchise niemand Geringeres als Ex-Nationalkicker Lukas Podolsky, 39. Doch auch dieser Umstand konnte nicht dafür sorgen, dass sich die selbsternannte Dünne-Expertin in ihrer ehrlichen Meinung einschränken ließ. So bemängelte nicht nur die 28-Jährige unter anderem die fehlenden Tomaten. Zudem waren sich die beiden PBB-Buddies einig. Zudem waren sich die beiden. Untertitelung des ZDF, 2020